Ich drücke mal die falschen Knöpfe. Langsam reicht's. Friday, ich komme. Ich habe jetzt schon... Eigentlich war es denn lustig. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. macht das viel Schaden? Ich seh das nicht das tut weh ja das macht ordentlich Schaden das macht schon ordentlich Schaden aber es kostet auch aber das macht Spaß ha 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 vergiss es voll reingesprungen schon wieder das macht ordentlich Schaden aber wichtig na komm war gut oh scheiße ja 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 schon cool gemacht muss man ja mal sagen so jetzt muss ich erst mal das aufladen mein ganzes Kristallzeug boah nein das dachte ich mir das dachte ich mir so boah Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So cool. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. war gut mit speicherpunkt warum laufe ich wieder dahin ach ich muss jetzt klettern ok jetzt was macht er man weg hier oh schon wieder Kampfer wow 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 weg hier Faust schreiten! Das einzig Gute ist, dass wir jetzt hier mit Zielen richtig da hängen können. Also hier, das hier. Das war sehr schlau. Nein, schaffe ich nicht. So, jetzt sind wir wieder Leben voll. Er ruft wieder seine Friends. Seine Friends. Voll reingesprungen. Scheiße. Ganz ruhig. Hey, schnell runter. Oh, scheiße. Weg hier. Weg hier. Ich habe kein Leben mehr. Aber wenigstens macht er den Strahl nicht mehr. Weg hier. 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 Heilen. Zwei. Heilen. Zwei. Okay. Jetzt können wir langsam wieder. Wo bin ich? Wo bin ich? Ach da. Ich habe gerade zur Spinne geschaut. Oh. 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 Okay, sieht aber bisher ganz gut aus, würde ich mal sagen. Was ist da gerade passiert? Kann mir das mal Ihnen erklären? Kann mir das mal sehen? Achso, das ist natürlich scheiße. Obwohl... Mal gucken. Ja, das ist doof, weil ich muss ja das Ding hier immer Kopf schlagen. Ich habe aber Angst, weil der da so dunkel gemacht hat und ich sofort tot war. Oh 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 Aua Uh Glück gehabt Aua 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 Scheiße Bam Boah dieser Kampf ey Achso die kann ich auch verwenden stimmt Aua Aua Stimmt denn ich kann die auch zurück steuern Stimmt denn ich kann die auch zurück steuern Aua 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 Ich bin sofort tot ich war natürlich schlau ich vergesse es immer so jetzt schlau Aua! Bekia! Weg hier! Nehmt kein Ende hier! Was macht er nicht auf? Woot! Jetzt ist er ein Wirder! Geht's! 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 man stirbt viel zu schnell in der dunkelheit Boah, dieser Kampf dauert so ewig lange W-W-W-W-W-W-W. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich werde mich jetzt einfach nur konzentrieren, seine Schläge zurück zu werfen. Dann schaffen wir's auch hier. Endlich! Und dann? Und dann? Und dann? Ja! Oh! Du Scheiße! Oh! Spidey besiegt! Und... Alter Schwede! Dunkler Triumph! Vertreibe Mora! Alter Schwede! Wartet eine schwere Geburt! Jetzt ist es auf einmal eine Süße! Danke! Geist! Ich wurde von Verfall... Toll, ich wusste nicht, dass es weg geht. Nun kann die Dunkelheit weichen, die über diesen Tiefen lag. Ja, alle brauchen das Licht als Ausgleich, selbst während der Tage lebt. Wenn es entzweit bleibt, wird es schwinden und wir für immer löschen. Das Schicksal des Schicksal des Schicksal des Schicksals wird ganz nie wenn erheilen. Den Rest trotz des Voranschreitenden Verfalls lässt uns wieder hoffen. Ich kann nicht! Sorry! Augen des Waldes! Seine maximale Konsequenz für das Leben und... Oh, schön! Besiege Mora! So! Wir haben es geschafft! Kackvieh! Nein, jetzt bist du ja wirklich ganz süß! Was ist hier so ein einzelner? Ähm... Es gibt so viele von uns! Aber Mutter sagt, dass sie keinen Liebling hat! Es wäre ohnehin schwer, sich zu entscheiden! Wir sehen alle gleich aus! Die Dunkelheit hat uns so blieben! Wir erinnern uns an nichts anderes! Es gab immer nur die Dunkelheit und Mutter! Die Helligkeit macht uns ein wenig Angst! Hattest du auch Angst vor unserer Dunkelheit? Mutter sagte, sie haben das Tor versiegelt, um uns zu schützen! Etwas kam von oben! Es veränderte alle, die es berührten! Und es veränderte Mutter! Aber jetzt zieh zurück! Dank dir! So! Meine Lieben! Wer liegt da noch? Der ein... Oh! Sorry! Wollte ich nicht! Der eine ist hier! Im Eisgebiet! Da kamen wir aber komischerweise hier nicht weiter! Warum auch immer! Hier ist der Berg! Dann müssen wir jetzt wohl zum Vogel! Da ging es nicht lang, weil... Hab ich vergessen! Gehen wir mal da nochmal lang! Vielleicht war es ja Graben oder so! Juuu! 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 Mhhh! Wie viel Zeit ist denn schon vergangen? Boah! Schon drei Stunden! Boah! Wir machen mal kurz ne kleine Pause! ja kleine pause 5 minuten pinkelpause also ich muss nicht pinkeln aber ich brauche einfach mal kurz muss man meinen süßen hintern anheben aber wir laufen dann noch kurz guck mal was da war warum wir da nicht durch kam wasser was war hier so haben wir schon wir kommen durch und aber willkommen von der falschen seite kann es sein aua das tut ja überall weh würde gerne noch mal darüber wegen ein gorlickerz so jetzt kann ich aber auch mal kurz darüber dass ne band so kommen wir da durch und wo muss ein hebel sein aber keine ahnung weg mit dir so die machen zum glück gerade nicht so viel schaden muss man ja mal sagen ich glaube ja es 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017